Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück in World of Warcraft. Im letzten Part sind wir endlich in Nordend angekommen. Angekommt. Angekommen. Und ja, hier geht's jetzt auch direkt weiter. Quests haben wir hier schon alle soweit angenommen in der Valianz Feste. Und jetzt, ja, schauen wir mal, wo es uns so hinführt. Hier im kalten Norden. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal was abgeben. Ich schätze jetzt mal, das wird hier drin sein. Alter, was ist hier los? So viele Leute. Na, oben bestimmt. So. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Ja, auf jeden Fall ein warmer Empfang hier. Im kalten Norden. Sehr schön. Wir freuen sich wahrscheinlich, dass wieder ein Dummer da ist, der hier die Drecksarbeit erledigt. Moin, moin. Was geht euch durch den Kopf? Ja. Und da kriegen wir direkt auch eine neue Waffe. Ah. Hätte ich mir die für ein paar hundert Gold sparen können hier im Aha. Egal. Was soll's denn? Braucht ihr etwas? Macht ja nichts. Das ist zu weit entfernt. Dann killen wir jetzt erstmal ein paar Gruftkriecher. Und ja. Dann haben wir auch schon die erste neue Waffe. Na ja. Gut. Ärgert mich jetzt nur so ein bisschen. Aber damit hab ich ja fast schon gerechnet. Aber das ging mir so dermaßen auf die Nerven da mit diesem grauen Hammer. Den ich da von einem normalen Händler mal mir geholt hatte. Da musste einfach was Neues her. Ah. I-Bim außer Reichweite. I-Bim außer Reichweite. Yo. Olaf. Macht ja nichts. So. Der letzte. Können wir das schon abgeben? Äh. Achso. Hier müssen wir auch noch was machen. So, mein Freund. Es geht. Äh. Schaden und mehr Crit. Yo. Porn sagt auf jeden Fall ist es besser. 6% Verbesserung. Dann glauben wir das einfach mal. Dann glauben wir das dem Addon einfach mal so. Und, äh. Nehmen die Waffe. Was ist denn hier los, ey? Oh, noch einer. Reicht's aber. So. Sprecht mit Captain Linksdutch. Aha. Interessanter Name. Okay. Linksdutch. Da war wieder jemand in der Blizzard-Entwicklungsabteilung äußerst kreativ. Ist er das hier? Braucht ihr Hilfe? Moor Kapitän? Alles klärches. Ehre dem König, Freund. Äh. So. Jetzt erstmal wieder hier rein. Ach, scheiße. Da geht's doch gar nicht lang. Okay. 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 Grüße. Grüße. Für die Allianz. Für die Allianz. Das Licht sei mit euch. Und sei gesegnet. Jo. So, schauen wir mal. Was müssen wir hier noch machen? Verseuchter Flammenspucker getötet. Ach, die Viechers. Äh. Müssen wir hier mit dem Netz. Mit dem Netz runterholen und dann, äh, kaputt kloppen. Die Elendigen. Die Elendigen Mistviecher. So. Nächste. Komm runter. Ja. 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 Da hab ich denn keine Wut. Werd wütend, Junge. Ja. Wie brauchen wir denn noch? Zwei noch. Ha. Ist noch nicht bereit. Ja. Aber jetzt. Ich bin außer Reichweite. So, nein. Und dann war's das auch schon wieder. Ich muss den Gegenstand noch nicht benutzen. Ich muss näher ran. Ja. 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 Was kann ich für euch tun? Auf dann. Auf dann. So, Alter. Hallo. Na. Äh. Ja, ja. Seid auf der Hut. Was auch immer. Ja. Äh. Brandsats am südlichen Schlundloch platziert. Kommuniqué der Kultisten. Ach, hier an dem Ding. Und an dem hier auch noch, oder was? Kommuniqué der Kultisten. Kriegen wir das von denen hier, oder was? Schauen wir mal. Yo, da haben wir es. Nice, nice. So, und jetzt wollen wir hier noch den Brandsatz einmal zünden. Können wir das auch schon wieder abgeben. Ah, lass mich in Ruhe. Wie in Kampf verwickelt bin ich doch gar nicht. So, und ich Kobalt sammeln. Ich müsste eigentlich mal im Aha gucken, was so alte... Nein! Ja, wieder draufgekommen. Falsche Teste. Was so alte Erz und sowas wert sind. Und vielleicht kann man da auch nochmal ein Stück Gold mitmachen. Ich weiß es ja nicht. Lust auf ein Glas? Lust auf ein Glas? Ah, nee, heute nicht. Bin gestern schon wieder eingeballert. Weil ich freies Wochenende habe. Bleib sauber. Möchte ich heute kein Glas. Aber so schlecht geht es mir heute eigentlich gar nicht wie sonst. Aber ich merke halt, dass ich keine... Keine 20 mehr bin. Äh. Man hat doch schon länger was davon. Wenn man sich mal die Lichter ausknipst. Rauch dir etwas? So wie früher, dass man mal ein Wochenende durchgesoffen hat mit Kumpels. Das ist echt nicht mehr drin, ey. Das kriege ich nicht mehr hin. Das würde mich fertig machen. Habe ich eigentlich auch gar kein so Verlangen mehr nach wie früher. Eigentlich bin ich auch froh, wenn ich meine Ruhe habe. Jaja, man wird halt älter. So ist das. Was soll's. Ja gut, so alt bin ich ja nun auch noch nicht. Noch sind die 30 auch noch nicht erreicht. Aber wie gesagt, 20 bin ich auch nicht mehr. Näher an der 30 als an der 20. Aber gut. Danke, mein Freund. Gleichfalls. So, 6% Verbesserung. Ein Rüstung, zwei Crit. Ich habe noch was mit Ausweichen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Einen neuen Helm könnten wir mal gebrauchen, weil ich den echt abgrundtief hässlich finde, den ich aufhabe. Muss es doch mal irgendwas Neues, Nices geben. Ah, da drinne schon wieder. Oben. 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 Bleibt drinne. Was habe ich jetzt hier, bevor Steen da siegt? Er setzt Siegesrausch. Doppelt hält besser. Er hört die maximale Anzahl von Aufladung von Sturmangriff um 1 und verringert die Abklingzeit um 3 Sekunden. Achso, Siegesrausch bleibt erhalten. Ja, dann nehme ich doch doppelt hält besser. Weil mir das ganz schön auf den Nerven geht. Immer ist, wenn ich den Dings benutzen will, den Sturmangriff, ist er nicht bereit. Ja, Kronakai Christor ja auch. Mache ich. Was muss ich denn jetzt hier drunter machen? Kultisten in der Küche besiegt. Achso. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Hä? Ehre dem König, Freund. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Na los. Ich nehme an, so sieht es dann aus. Ich gebe nicht widerstandslos auf. Ja, das ist dein Fehler, mein Freund. Ich brauche ein Ziel. Der Kultisten im Gefängnis besiegt. Und an den Docks. Da unten. Ich sehe ihn. Elendiger. Tom Hacker. Schönen guten Tag. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, heuchle mich auch noch so frech an, ey. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ist der hier unten? Ah. Für die Allianz. Ach, verdrückt. Verdrückt habe ich mich. Das wäre auch geschafft. Können wir Ditte auch gleich wieder abgeben. Wo war denn der? Ist das der, der hier oben drin steht? Ah, auch wieder da drin. Im Gasthaus. Oh, diese ewige Latscherei. Oh, vorhin habe ich es noch gesagt. Ein neues Helmchen. Boah, 52% Verbesserung. Nice. Ja, naja. Sieht jetzt auch nicht unbedingt gut aus, aber... Finde ich da irgendwas zum Trance morgen schon? Der sieht cool aus. Aber passt irgendwie nicht zu einem... Worry, finde ich. Sonst habe ich nur echt beschissene Helme. Oh, der würde zu den Schultern passen. Ist auch egal. Auf dem Level und mit dem Equip, da brauche ich noch nicht groß Trance morgen. Wäre ja Blödsinn, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich machen? möchte, dass ihr euch in die Miene im Norden begebt und herausfindet, was mit der Einsatztruppe, die dorthin geschickt wurde, geschehen ist. Heilje. Das hier sieht nach einem Mineneingang aus. Gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Zurück. Machen wir. Machen wir doch glatt. Ich muss ehrlich sagen, so langsam gefällt mir das hier mit meinen Tastenbelegungen. So beim Questen ist es ganz angenehm. Wie es denn in der Instanz wieder ist, das weiß ich nicht, weil ich da ja immer relativ schnell nervös werde. hallo. Aha, aha. Auf dann. Wie geht's? Auf dann. Auf dann. Was muss ich machen? Bestimmt hier irgendwann einsammeln. Ah, abfuckern. Ach so. Ah. Ach so. Das war's. Wie viele muss ich denn? 14 Stücke, ey. Junge, Junge. So viele. Von den Dingern 8. Die haben wir zumindest gleich. So, das haben wir. Was ist hier oben? Äh. Das da brauchen wir, ne? Alles klar. So, und auch das hätten wir. Oh, 4 von diesem Lumpenpack noch. Und dann haben wir das auch. Oh. Ich bin außer Reichweite. So. Vorletzer. Ah, den nehmen wir. Sehr schön. So. Jetzt noch den ganzen Klimbim abgeben. Dann mal schauen, wo es weitergeht. Also jetzt beides nicht so. Nehmen wir das zum Verkaufen. So, was haben wir denn jetzt hier? 3% Verbesserung. 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 Und, äh, 27% Verbesserung. Nehmen wir noch Ditte. Hallo. So. Äh, welches tauschen wir denn mal aus? Wie war das? So. Die noch abgeben. Was sollen wir machen? Die reparieren oder was? Erstmal kaputt machen. Und dann reparieren. Oder wie funktioniert das? Aha, alles klar. Oh. 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 Ah. So. Verkabeln wir mal die Kumpels neu hier. Einen noch. Sehr schön. Das wäre auch geschafft. Hallo. Gleichfalls. Viel besser. Na gut. Tauschen wir den doch mal aus. Gegen den hier. So. So. So, lassen wir es jetzt. So, mein Bruder. Was? Wie heißt der? Tassarian. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen war. Da geht es jetzt jedenfalls als nächstes hin. Wagen mit Erz müssen wir auch noch los machen. Scheiße, ist der in der Mine drin oder was? Gucken wir erstmal hier oben, ob hier der Wagen mit Erz ist. Oder ist der in der Höhle? Scheint mir fast so. Beziehungsweise, es ist ja keine Höhle, sondern eine Mine. Entschuldigung. Ja, kloppen wir uns jetzt hier nochmal durch. Scheiße, ist ja keine Höhle. Das war's. Ich glaube, ich habe einen kleinen Teal. Bringt den Aufmerberufungsbescheid zu Lerissa in der Valenz Festa, machen wir. No problemo. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja und wo krieg ich den her? Wegrollsperren, Schlüssel. Bring den... na da. Bla bla bla. Durch die Ausrüstung. Wahrscheinlich irgendwo tiefer in der Höhle. Ach, da ist er. Alles klar. Sehr gut. So, nichts wie raus hier. Wir haben eine Art von C. Oh nein. Die Ausrüstung ist nicht mehr. Das ist ein Objekt. Das ist ein Objekt. Das ist ein Objekt. Der Erster ist nicht mehr. So, dann geben wir die beiden jetzt erstmal ab hier. Kann ich euch helfen? Auf dann. Auf dann. Mein Freund. Was geht euch durch den Kopf? So einiges. Hallo. Hm. Was heißt denn dieses Fragezeichen? Mehr Tempo. Hm. Man sieht sich. Ich würde sagen, den tauschen wir mal hier gegen aus. So, hier drin ist schon wieder gleich was zum Abgeben. Ich liefere nur feinste Waren. Sieht sich. Hm. Wein der Kulti-Rass. Okay. Wie komme ich da drin? Wie war denn das? Ich erinnere mich nicht. War der in dem Schiffswrack hier unten? Oh, Alter. Wie kommen die denn alle her? Mist. So, haben wir es jetzt mal. Komischen Haie, ey. Da. Sehr schön. Den haben wir auch. So, gehen wir das gleich ab. Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich... Findet das Gefängnis in der inneren Feststellung, im Evalenzfest und spricht mit dem Deserteuren. Mögen. Mache ich. Dem da. Gefreiter Brau. Das ist auch schon wieder so ein Hin- und Hergeschicke hier. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal hier unten weitermachen. Eine diplomatische Mission. Ah, Kobalt. Oh, sogar eine reiche Kobalt. Ah, da. Jawohl. Den scheiß ich immer mal auf. Wer weiß, für wie viel man das noch verkaufen kann, wenn man dann hier so Ur-Erde oder... Wasser zu einem... Ach, Äonenwasser, so heißt das. Kann man ja dann zusammenfügen zu einem Äonenwasser. Bestimmt auch nicht ganz so... Äh, nicht wenig wertvoll. Hallo. So, sechs Räuber das Gardier und fünf Langbootsmänner das Gardier töten. Machen wir doch glatt. Aber das Ganze erst im nächsten Part. Denn wir sind am Ende dieses Partes angelangt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst mir ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da. Und, äh, ja, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mich wissen, warum es euch nicht gefallen hat. Ab damit in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich, ciao. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.